von Sicht- und Tiefenstrukturen, das Wesentliche für gutes Lehren und Lernen. Wenn eine fachlich anspruchsvolle Unterrichtsstunde für Schülerinnen und Schüler wie im Flug vergangen ist, war es dann wohl eine lerneffiziente Stunde? In diesem Video geht es um Antworten auf die folgenden beiden Fragen. Was zeichnet gute Lehr-Lern-Arrangements aus und woran erkennen wir gutes Lernen, zum Beispiel im Unterricht? Im Laufe dieses Videos wird deutlich werden, dass die Antworten auf diese beiden Fragen nicht identisch sind. Dennoch werden wir versuchen, sie gemeinsam zu beantworten. Nun, es gibt zahlreiche Kriterienkataloge für guten Unterricht. Exemplarisch nennen wir hier die 10 Merkmale guten Unterrichts von Hilbert Mayer. Ein ähnliches Tableau gibt es auch von Andreas Helmke. Weitere Übersichten sind die sieben Merkmale des IQSH oder auch die 7Cs im internationalen Kontext. Die Gültigkeit der Kriterien dieser Kataloge ist wissenschaftlich hinreichend belegt. Viele dieser Kriterien sind einfach während des Lernprozesses erkennend oder sogar messbar. Man spricht von sogenannten Oberflächen oder Sichtstrukturen. Dazu gehören zum Beispiel Zeitnutzung, Sozialformen, Methodenvariationen oder das Vorliegen von Angeboten zur Differenzierung. Der Begriff Sichtstrukturen ist insofern etwas unglücklich, als dass er suggeriert, dass nur sie wirklich zu sehen sind. In der Tat ist es so, dass die Wahrnehmung anderer Kriterien sehr viel schwieriger ist. Beobachtungen verschiedener Indikatoren müssen dafür meist kombiniert werden oder es gelingt wirklich nur über eine Diagnose des tatsächlichen Lernerfolgs. Beispiele sind die Qualität der Lernorganisation, die Passung zwischen Lernenden und dem zu vermittelnden Inhalt sowie eine lernwirksame Art der Intervention. Man spricht von sogenannten Tiefenstrukturen des Unterrichts. Die Grenzen zwischen Oberflächen und Tiefenstrukturen sind aber längst nicht so eindeutig, wie sie auf dieser Folie erscheinen mögen. Oft wird zur Verdeutlichung des Zusammenhangs von Sicht- und Tiefenstrukturen das Bild eines Eisbergs bemüht. Der stabil schwimmende Eisberg ist die Metapher für die Qualität des Lehren und Lernens. Dabei hängt der Auftrieb, also die Leer-Lern-Qualität, nur von den mächtigen unter Wasser verborgenen Tiefenstrukturen ab. Die oberflächlichen Sichtstrukturen können sehr unterschiedliche Formen haben. Allerdings, ein Wurt in dieser Oberflächenstruktur kann den Eisberg destabilisieren oder kentern lassen. Merke, nur wer die Oberfläche ernst nimmt, kann auch Tiefe erzeugen. Nun könnte man im Sinne einer Checkliste denken, dass das Abhaken von Merkmalen zwangsläufig zu gutem Unterricht führt. Leider ist dem nicht so. Wir werden immer wieder erleben, dass viele Merkmale mehr oder weniger erfüllt sind, das Lernen aber doch nicht wie gewünscht funktioniert. Oder, um es positiv zu formulieren, die Kombination von sehr unterschiedlichen Merkmalen kann erfolgreiches Lernen bedingen. Eine recht alte Studie sehr guter Lehrkräfte belegt deren völlig unterschiedliche Wege zu erfolgreichem Lernen ihrer Schülerinnen und Schüler. Sie betont dazu auch den großen positiven Einfluss, den Lehrkräfte auf das Lernen haben können. Für erfolgreiche Lehr-Lernarrangements müssen also die Tiefenstrukturen stimmen. In der empirisch gestützten Unterrichtsforschung hat es sich etabliert, für diese Tiefenstrukturen drei sogenannte Basisdimensionen aufzuspannen. Die Klassenführung, oft Classroom-Management genannt, betrifft die organisatorisch notwendigen Merkmale gelingender Lernprozesse. Die kognitive Aktivierung zielt aber darauf ab, fachliches Denken der Lernenden sicherzustellen. Die dritte Basisdimension, die sogenannte konstruktive Unterstützung, meint eine sensible, lernwirksame und adaptive Intervention. Diese drei Basisdimensionen sind sowohl auf einer Fachebene als auch auf einer sozial-emotionalen Ebene zu bedenken. Exemplarisch könnte das folgendermaßen aussehen. Zur fachlichen Ebene der Klassenführung gehört unter anderem die klare inhaltliche Zielorientierung. Eine der Lerngruppe angemessene Taktung der verschiedenen Phasen beträfe sozial-emotionale Aspekte. Der heimliche Star der Basisdimensionen, die kognitive Aktivierung, erfordert fachlich anspruchsvolle Aufgaben und Fragestellungen, setzt aber auch die entsprechende Motivation der Lernenden voraus, diese zu bearbeiten. Eine gute Lehrkraft kann fachdidaktisch präzise diagnostizieren und passgenau intervenieren. Auf der sozial-emotionalen Ebene muss sie in der Lage sein, eine Einordnung der persönlichen Situation einzelner Schülerinnen und Schüler vorzunehmen, damit die Unterstützung tatsächlich wirksam werden kann. Damit kommen wir zu unseren Ausgangsfragen zurück, die wir versuchen schlank zu beantworten. Was zeichnet gute Lehr-Lern-Arrangements aus? Eine kurze Antwort könnte darauf lauten, ein verlässliches Bedienen der tiefen Strukturen entlang der drei Basisdimensionen. Und zweitens, woran erkennen wir gutes Lernen? Zum Beispiel im Unterricht. Eine einer intelligenten, vielleicht auch überraschenden Kombinationen verschiedener Kriterien guten Unterrichts in Passung zwischen Lehrkraft und Lernenden. Visible Learning. Sichtbar, wahrnehmbar und reflektierbar für die, um die es wirklich geht. War noch was? Ach ja, wenn eine fachlich anspruchsvolle Unterrichtsstunde für Schülerinnen und Schüler wie im Flug vergangen ist, war es dann wohl eine lerneffiziente Stunde? Nun, wenn die Zeit viel im Flug vergangen ist, dann gab es wohl eine Passung zwischen dem Inhalt und dem Horizont der Lernenden, sodass die Schülerinnen und Schüler kognitiv aktiviert und herausgefordert wurden. Sie fühlten sich wohl und der Ablauf war schlüssig. Oder? Wohl war's. Untertitelung des ZDF, 2020